Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im Eisenwerk der Qual mit unserem Vittorio. Müssen wir nur noch einen Gen finden, aber da vorne ist schon einer. Das ist meine Fähigkeit, Rebecca. Der hat aber einen losen Finger, also einen Wurfarm. Ah, ein Ton ja. Boah, na super. Der schmeißt ja nur. Der schmeißt ja nur. da weiß ja man nicht was man da machen soll ich komme dich gleich holen ich mache nur eben das tut hinweg ach kämpfen tut er auch noch auch bitte Schau! steht er jetzt im haus oder habe ich was verpasst ich laufe jetzt direkt auf das tut ihm zu jetzt ist aber ein bisschen ruhig und den klang geworden hätte ich mal nichts gesagt und die hängen zu dritt ich kann nicht heilen hockt er da jetzt ist Ah! Ah! Klar, hier ist Jenny. Und oben im Haus ist noch was. Hat der Clown jetzt selbst aufgemacht? Wäre ja eine krasse Sache. Oh. Hast du dir wohl so gedacht, Clown? So, ich hoffe, ich tue, dass der andere entkommt. Was ist kaputt mit dir? Lauf zum Ausgang. Ja. Ich wollte schon sagen. Haha, dem Clown haben wir es aber gezeigt. Ah, jetzt hätten wir doch die Partyliftschlange geschmissen. Eiserner Griff, unerbittlich, ich bin ganz ohrenräuber. Ja, ähm. Nee, 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 nee. Edgy bitch. Der Clown 0, Überlebende 4. Ja, so lobe ich mir das. Aber ich hätte gern auch eine Jagd gehabt. Aber ich beschwere mich ja nicht. Wir sind entkommen. Im Klassenfortschritt plus 1, das ist auch vollkommen okay. Ja, ich bedanke mich recht herzlichst für's Zuschauen. Und ich hoffe, euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.